Gino Berek meine freunde was geht ab willkommen auf meinem youtube channel ich mache eine montage challenge für die ganze sniper comm und kopfhörer geht raus ey jetzt hat aufs herz ich mache eine montage challenge für die ganze sniper comm hier teilnahmebedingungen sind ganz einfach ihr müsst die sniper spielen reingeschissen ganz einfach teilnahmebedingungen ist ein abo auf mein youtube channel da lassen weil ich will jetzt langsam die 400 knacken und richtung 1000 gehen würde ich sagen multi cod ist appreciated das heißt multi cod wird besser bewertet als bo4 und mw ich habe keinen bock mehr auf bo4 und mw bo4 sl reingeschissen mw feed reingeschissen so damit ihr wisst bo4 und mw wird nicht so gut bewertet wie multi cod erster punkt der zweite punkt ihr habt zeit bis zum 31 5 2020 ganz einfacher grund warum drei wochen anstatt zwei wochen weil die editoren mir manchmal auf den sack gehen beziehungsweise was heißt auf den sack gehen die sagen immer ja ist edit ist gerutscht bla 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 kann ich natürlich auch verstehen deswegen eine woche länger als die standard zwei wochen dritter punkt der wichtig am wichtigsten ist klantek ist w4 wilfried viel wie viel klantek ja jetzt denkt ihr euch ja soll ich mitmachen und so der hat noch gar nicht gesagt was man kriegt wenn man gewinnt und so gewinner kriegten orangenen vor wie der zweite platz kriegt 25 der dritte platz kriegt 10 euro ja und am ende würde ich noch sagen keine modded clips plutonium iw 4x oder wie das heißt würde ich auch nicht sehen und natürlich könnte auch die trickshot damit machen die trickshot da kann auch mitmachen ich liebe trickshots ja das heißt jetzt nicht hier nur um die feeds bar 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 ein nach dem anderen ich will auch patrick shot 10 trickshot da sind für mich sogar joggesell so ich würde sagen alles wird damit gesagt ne und dann grindet rein sucht euch schnellst möglichen editor oder editor selber ne grind geht los gönnt euch gibt ihn